In der letzten Folge des Tutorials haben wir ja 5000 US-Dollar eingelegt in den Atri-Krypto-3-Pool bei Curve auf Polygon und die Idee dahinter war, dass wir ja scharf sind auf die Curve-Tokens und wir bekommen hier immerhin fast 25% Curve-APY. Das war letzte Woche sogar noch ein bisschen höher, als wir die Einlage gemacht haben, ist ein bisschen gesunken, aber 25% ist eigentlich noch ganz ordentlich. Und der zweite Hintergedanke war, dass wir ja hier Bitcoin und Ether drin haben und wenn Bitcoin und Ether im Wert steigen, dann steigt auch der Wert der Einlage mit und deshalb finden viele Kryptoinvestoren gerade diesen Pool hier sehr sehr interessant, weil wir ja alle quasi langfristig bullisch sind, was Krypto allgemein angeht und natürlich auch was Bitcoin und Ether angeht. Und selbst wenn der Markt ab und zu mal runter geht, langfristig sehen wir natürlich schon irgendwo immer noch ganz viel Aufwärtspotenzial und deshalb ist dieser Pool hier ganz interessant, denn dieser Pool eignet sich hier für eine Langzeiteinlage besonders gut. Es geht zwar runter, es mag sein, dass unsere Einlage gelegentlich auch an Wert verliert, aber ganz grundsätzlich auf die lange Zeit besteht natürlich schon die Hoffnung, dass die Einlage hier immer weiter steigen wird. Es ist also ein bisschen so, als würde man Bitcoin und Ether in seinem Portfolio hodeln. Gleichzeitig ist man aber sehr stark abgesichert gegen extreme Kursschwankungen, dadurch, dass hier ein Stablecoin-Anteil drin ist, sogar ein sehr großer und wenn das Ganze langfristig hochgeht, dann hat man auch ein bisschen was davon. Ist jetzt nicht ganz so safe wie ein Stablecoin-Pool, aber dafür eben ganz viel Aufwärtspotenzial. Und dann schauen wir einfach mal, ob das Ganze geklappt hat, ob die ganze Rechnung aufgegangen ist und das sieht eigentlich ganz gut aus. Schauen wir mal auf den Bitcoin. Die Einlage war hier am 26.11. Das ist also hier und genau diese Marktkorrektur hier, die haben wir ausgenutzt, weil die Einlage, die haben wir danach gemacht. Also das hat sich ja hier im Chart quasi abgezeichnet, dass da also nach der Korrektur wenigstens eine Erholung war. Und irgendwann, also gegen Abend, 26.11. war die Einlage, da war der Bitcoin bei 54.737 Dollar und inzwischen, jetzt zu diesem Zeitpunkt, sind wir bei 57.890 Dollar. Ist also jetzt schon ganz schön gestiegen, fast 3.000 Dollar würde ich sagen und der Ether, bei dem sieht es glaube ich noch krasser aus. Da waren wir bei 4.000 Dollar am Freitag, als wir die Einlage gemacht haben, um die 4.000 Dollar und jetzt sind wir bei 4.600 Dollar. Also das Ganze ist richtig hochgegangen und jetzt schauen wir einfach mal nach, wie es denn so aussieht mit unserer Einlage. Hat das wirklich geklappt? Also haben wir erstens Curve Tokens bekommen und zweitens haben wir auch wirklich vom Kursanstieg profitiert. Dafür gehe ich hier unten auf das Dashboard und übrigens, wenn dieser Knopf nicht angezeigt wird, das ist mir aufgefallen, passiert manchmal bei Curve, da muss man die Seite richtig neu laden. Also nicht einfach nur hier auf diesen Knopf drücken, sondern ihr müsst auch die Shift-Taste dabei drücken, dann wird die Seite wirklich ganz neu abgeholt bei Curve und neu aufgebaut. Das kommt nicht aus dem Browser-Cache oder sonst irgendwo her. Jedenfalls also Shift und dann diesen Refresh-Knopf oder wie der heißt hier und dann taucht dieser Button in der Regel auf. Ich gehe jetzt hier in dieses Dashboard. Ich glaube jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Ne, da ist er. Und hier im Dashboard sehe ich also nochmal meine Einlage hier dargestellt und dann sehe ich hier also, dass meine Balance, das ist diese Spalte hier, gestiegen ist und zwar um 345 Dollar. Wir haben 5000 eingelegt, jetzt sind wir bei 5.345. Also dieser Plan hat schon mal richtig gut funktioniert und siehe da, wir haben auch einen einzelnen Curve Token. Und da ist leider bei mir ein bisschen was schief gegangen, weil während des Videos hatte ich ja einmal auch eine Entnahme gemacht aus dem Pool, dann wieder alles eingelegt und dann habe ich vergessen zu staken. Also ich habe einfach nur eingelegt, aber das Staken vergessen und deshalb habe ich erstmal einen Tag lang keine Curve Tokens hier bekommen. Das habe ich dann erst am Montag, also gestern korrigieren können und jetzt ist eben erst seit gestern hier ungefähr ein Curve Token dazugekommen. Das war natürlich ziemlich ärgerlich, weil ich eigentlich auch ein Video machen wollte, wie man die Curve Tokens jetzt erntet und neu einlegt. Aber da ich jetzt noch keine habe, fällt das Video jetzt erstmal aus. Das ist ein bisschen verschoben nach hinten, bis dann Curve Tokens da sind. Und jetzt habe ich mir nämlich gedacht, schiebe ich doch einfach was anderes dazwischen, nämlich was ist eigentlich, wenn man jetzt keine Lust hat, hier volatile Assets einzuzahlen. Zum Beispiel, ganz wichtiger Anwendungsfall, ich muss, wenn ich das hier mache, gelegentlich mal eine Steuerrücklage machen, weil ich sonst irgendwo vielleicht, wenn jetzt der Markt wieder korrigiert, einen Wertverlust habe und dann meine Steuern nicht mehr bezahlen kann. Und deshalb muss ich eigentlich im Grunde einen Teil dessen, was ich hier einnehme, auch irgendwie in so einen Pool einlegen, der sicher ist, den ich also quasi, dessen Werterhalt so sichergestellt ist, dass wenn ich für die Steuer meine Assets brauche, dass sie dann auch noch da sind und denselben Wert haben. Und dafür eignet sich natürlich ein Euro-Pool ganz besonders. Und Euro-Einlagen in DeFi-Bereich sind meines Wissens eher selten und eher exotisch. Es gibt ein paar Sachen, aber nicht allzu viel. Aber bei Curve gibt es tatsächlich einige Euro-Pools, in die wir eventuell mal rein könnten. Und zwar, wenn ich hier nochmal auf den Home-Knopf drücke, dann schaue ich mir das mal an. Ich habe hier einen 4-Euro-Pool, da sind also 4 Euro-Stablecoins drin und dann habe ich hier noch einen 3-Euro-Pool, da sind 3 Euro-Pool, also Euro-Stablecoins drin. Diese 4 sind hier der J-Euro, der Par, der Euro-S und der Euro-T. Und die Frage ist jetzt, also wenn ich hier rein möchte, dann wie komme ich jetzt an diese Tokens ran? Und das ist eigentlich die allerschwierigste Frage, wenn man sich solche Pools hier anguckt. Aber was so ein bisschen hier mich stört an diesem Pool ist, oder ich sage mal so, es ist eigentlich nicht ein bisschen, was mich stört, sondern was mich extrem stört, ist natürlich die APY, weil wir kriegen hier überhaupt gar keine Curve-Tokens. Und hier Base-APY von 0,24% ist eigentlich irgendwie gar nichts. Also es ist ja fast so, als würde ich hier meine Euros bei der Europäischen Zentralbank anlegen und das kann irgendwie nicht sein. Und diese Base-APY, die liegt daran, dass einfach das Transaktionsvolumen hier sehr, sehr gering ist. Wir hatten ja in der letzten Folge besprochen, oder das war in der vorletzten Folge, dass die Base-APY quasi sich aus den Trading-Fees, die hier anfallen, speist. Denn 50% der Trading-Fees, die hier von Curve eingenommen werden, die werden ausgeschüttet an die Leute, die in diese Pools einlegen. Und dieser Pool hier, der hat einfach echt kaum Trading-Volumen und also mit 400.000 täglichem Trading-Volumen und wahrscheinlich hier ist einiges drin an Assets, wird einfach nicht viel übrig bleiben. Also 0,24% ist mir zu wenig. Und der 3-Euro-Pool, der sieht ja noch müder aus, da kriegt man ja 0%, das bringt es nicht. Und deshalb habe ich mich mal auf die Suche gemacht nach anderen Pools, in denen Euros vorkommen und man also sich ein bisschen gegen das Schwankungsrisiko bei Ether und Bitcoin absichern kann und gleichzeitig im Euro drin ist. Und da habe ich tatsächlich was gefunden und zwar auf Arbitrum. Da gibt es einen Pool, der sich mit Euro beschäftigt und der sogar ein bisschen was an Curve-Tokens abwirft. Und jetzt mal ganz klar gesagt, anstatt jetzt diesen ganzen Aufwand zu betreiben, mit Arbitrum einrichten, Assets rüberschieben und so weiter, kann man eigentlich genauso gut auch diesen Euro-T-USD nehmen. Es gibt ein paar Unterschiede zu dem Pool bei Arbitrum, den ich gleich zeigen werde. Aber wenn man sich jetzt den Aufwand sparen möchte, dann kann man eigentlich auch genauso gut den hier nehmen. Hier hat man auch eine Mischung aus Euro und USD, ist also zumindest zur Hälfte an den Euro gebunden. Das ist mir persönlich wertstabil genug, um jetzt eine Steuerrücklage hier zu machen. Ja, also natürlich gibt es hier auch Risiken, wenn Währungsschwankungen auftreten, extreme Währungsschwankungen zwischen dem US-Dollar und dem Euro. Dann hat man hier natürlich ein Problem, wenn man später damit seine Steuern bezahlen möchte, denn man braucht ja dann Euro. Aber mir persönlich, also das muss jeder selber wissen, aber mir persönlich ist das jetzt erstmal sicher genug. Wer weiß, was in der Zukunft passiert, das muss man dann alles, also je nach Situation, dann nochmal neu bewerten. Aber jedenfalls hier, das wäre also auch eine Möglichkeit, hier einfach eine Einzahlung zu machen. Und wenn man hier einzahlen möchte, dann braucht man nicht unbedingt einen Euro-Stablecoin, sondern man kann auch die üblichen Dollar-Stablecoins nehmen und hier einzahlen. Denn nach der Einzahlung werden die Assets, die man eingezahlt hat, hier aufgeteilt auf die unterschiedlichen Bestandteile des Pools, sodass also die Hälfte der Einlage dann in Euro notiert und die andere Hälfte in US-Dollar. Das hier ist also auf jeden Fall schon mal ein Pool, der relativ nah an dem ist, was wir möchten. Aber für dieses Video möchte ich gerne hier mal zeigen, wie man eigentlich damit verfährt, wenn man jetzt einen Pool auf einer anderen Blockchain findet, den man attraktiv findet, wie man da jetzt irgendwie seine Assets rüberkriegt. Und da gibt es natürlich keine Pauschallösungen, das ist immer ein bisschen suchen und ein bisschen rumexperimentieren. Aber wenn man ein paar Tools in seinem Werkzeugkasten hat, dann findet man in der Regel auch irgendeinen Weg, wie man die Sachen darüber kriegt. Und die erste Aufgabe, die wir haben, ist, wir müssen erstmal unser Metamask-Wallet für Arbitrum vorbereiten. Und außerdem möchte ich ja sowieso mal den Pool zeigen und das geht in einem Schritt. Und zwar macht man das hier über Network, schaltet man bei Curve um auf Arbitrum. Und dann sagt er mir hier auch, dass ich also das falsche Netzwerk hier ausgesucht habe. Ich bin also jetzt hier, ich mach mal größer, bin also jetzt hier auf der falschen Blockchain. Ich bin ja noch auf Polygon und bietet mir an, dass ich mich mit Arbitrum verbinde. Und das Praktische ist, wenn ich das mache, dann merkt quasi Curve oder merkt Metamask, dass Arbitrum noch nicht da ist, dass es noch nicht eingerichtet ist und bietet hier also an, das automatisch einzurichten. Sehr praktisch, also ich bekomme mir die richtigen Einstellungen angezeigt. Ich brauche nur auf Approve drücken und auf Switch Network. Und schon habe ich Arbitrum in meinem Metamask-Wallet drin. Hier oben steht Arbitrum. Hier sind null Ether drauf. Das sieht man also jetzt auch direkt, dass man hier Ether braucht, um Gas zu bezahlen. Das ist ja hier das Asset, was hier mal an erster Stelle prominent angezeigt wird. Aber wir haben noch keine Ether, also werden wir irgendwie versuchen müssen, unsere Ether hier rüber zu kriegen. So, Punkt Nummer eins. Dann der zweite Punkt ist, wir müssen natürlich auch unsere Assets rüberkriegen. Und hier gibt es einen Euro-S-USD-Pool, der also auch wie der andere Pool Hälfte Euro, Hälfte USD ist. Und diesen Pool hier, den würde ich gerne nehmen, weil er bietet hier immerhin fast 22%, na sagen wir 21% Curve-APY. Also auch hier kriegen wir schön viele Curve-Tokens für unsere Einlage. Und wir müssen hier entweder den Euro-S oder den USDT oder den USDC einlegen, weil das hier ist der 2-Curve-Pool. Der 2-Curve-Pool, das ist der hier, der besteht aus USDC und USDT. Schauen wir mal kurz in den Pool rein. Hier sind also um die 3 Millionen Euro Stablecoins drin und 3,5 Millionen US-Dollar Stablecoins. Der Pool ist also ein bisschen zugunsten des Dollar verschoben. Das heißt wahrscheinlich, wenn wir USDC einlegen, werden wir eine ganz kleine Gebühr bezahlen müssen. Denn es wird immer derjenige begünstigt, also es wird quasi die Einlage begünstigt, die am wenigsten im Pool ist. Wir bekämen einen kleinen Bonus, wenn wir jetzt Euro einlegen würden. Vielleicht machen wir das auch. Müssen wir mal schauen, wie das Video jetzt so läuft. Also hier, das sind die 2 Einlagen, also der 2-Curve 51% und der Euro-S Stablecoin 48%. Hier wollen wir rein und wir haben die Möglichkeit, eines dieser 3 Assets hier zu nehmen, um da reinzukommen. Das ist schon mal sehr wichtig, dass man sich das vielleicht merkt oder irgendwo notiert, weil, wenn wir jetzt gleich versuchen, irgendwie die Coins hier auf Arbitrum rüberzukriegen, dann wird man feststellen, dass man nicht jeden Token rüberkriegt auf die andere Blockchain, sondern es gibt nur eine Auswahl und es hängt von der Liquidität bei der Token Bridge ab und so. Und deshalb also erstmal alle drei Optionen im Kopf behalten, Euro-S, USDC und USDT. Und bevor wir jetzt hier richtig loslegen, müssen wir das Ganze natürlich erstmal so ein bisschen durchplanen und das heißt, die nächste Frage ist, welche Assets kriegen wir überhaupt rüber? Zwei Sachen brauchen wir. Wir brauchen Ether und wir brauchen einen von diesen drei Tokens hier. Gehen wir doch als erstes mal wieder auf AnySwap. Das ist ja so für mich immer die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, Assets von einer Blockchain auf die andere zu transferieren, weil hier einfach eine sehr große Zahl von Blockchains unterstützt wird. Das ist anders bei anderen Bridges, die dann etwas spezialisierter sind. Und da ich ja jetzt von Polygon zu Arbitrum möchte, muss ich erstmal wieder zurückgehen im Metamask auf Polygon. Stell das hier um, dann bin ich wieder auf Polygon. Matic Mainnet ist ja dasselbe. Und da müsste ich hier jetzt Arbitrum einstellen und dann mal schauen, welche Assets hier unterstützt werden. und der USDC, der würde zum Beispiel unterstützt werden und es sieht eigentlich auch ganz gut aus mit der Liquidität. Also wir haben hier irgendwie 1,9 Millionen auf Polygonen, ist ja nicht wichtig, sondern was wichtig ist, ist eigentlich, wie viel Liquidität am Ziel vorhanden ist. Und da sind 44 Millionen USDC vorhanden. Also USDC könnte man theoretisch rüberschicken. Dann gucke ich mal nach, wie es eigentlich mit dem Ether aussieht. Ich stelle hier um auf Arbitrum, suche hier mal den Ether aus. Das ist der Wrapped Ether auf Polygon, ist total okay. Das ist das Ding, was hier unter Ether läuft. Und hier auch hier den Ether kriegen wir zum Beispiel nicht rüber. Und das ist schlecht, weil wir nämlich Gasgebühren zahlen müssen. Und deshalb brauchen wir eine andere Lösung. Und dann schauen wir doch mal bei der Seabridge nach. Ich habe noch zwei andere Sachen, die man ausprobieren könnte. Und wenn wir hier Polygon, Wrapped Ether, ah ja, ist ja schon richtig eingestellt, also Polygon zu Arbitrum, Wrapped Ether. Und hier kann man also auf jeden Fall Ether rüberschicken. Und hier wird gesagt, dass, Please note that you will receive the native ETH token on Arbitrum. Genau, und das ist exakt das, was wir wollen. Wir wollen keinen Wrapped Ether haben, sondern wir wollen Ether haben. Also hier könnten wir unsere Ether rüberschicken. So, also dann. Nächster Schritt, erstmal die Ether rüberschicken, denn wir brauchen ja Gas. Wo kriegen wir die Ether her? Das mache ich jetzt einfach. Ich gehe mal auf Curve, weil wir sind ja in diesem A3 Crypto 3 Pool drin. Und wir haben ja 300 Dollar verdient. Dann können wir die ja nehmen, um Ether zu bezahlen. Und deshalb hole ich mir die hier einfach mal ab. Ich gehe hier auf Withdraw. Und dann sage ich, ich möchte hier gerne Ether haben. Und natürlich nicht 100% in Ether, sondern sagen wir mal 1%. 0,1 Ether ist vielleicht zu wenig. Wohl 0,01. Ja, kann man nehmen. Also machen wir 0,2 sind mal 4,600. 92 Dollar in Ether. Das ist doch eigentlich okay. Genau, also das machen wir mal. Dann nehmen wir also jetzt 2% der Liquidität raus. Ich gehe auf Unstake and Withdraw. Schicke die Transaktion ab. Und danach muss ich dann noch die Abhebetransaktion bestätigen. Und bei der Gelegenheit ist es auch bei Polygon zur Zeit, glaube ich, wichtig, dass man schon mal hier in das Metamask Wallet reinschaut und hier in die Activity schaut, ob die Transaktion nicht vielleicht sogar schon durchgegangen ist. Denn diese Anzeige hier, die meldet mir jetzt nicht irgendwie, dass das geklappt hat, sondern die läuft jetzt hier, glaube ich, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag immer weiter. Also ich gehe unter Activity und schaue mal nach und remove Liquidity One Coin. Das ist hier quasi die Transaktion, die ich gemacht habe. Also ich hebe Liquidity ab als eine Einzelcoin und das hat geklappt. Und dann schauen wir doch mal nach, ist das hier im Wallet angekommen unter Assets. Und da ist der Wrapped Ether da, 0,022, genauso wie ich es abheben wollte. Und sehr wichtig ist, dass man jetzt als nächstes wirklich als allererstes hier wieder die ganzen Tokens staked, weil die Unstaking-Transaktion, die wir eben gemacht haben, die unstaked wirklich die gesamte Einlage. Die gesamte Einlage verdient dann keine Craft-Tokens mehr, auch wenn ich nur einen kleinen Teil abhebe, wird die gesamte Einlage aus der Gauge rausgeholt und ich muss die nachher nochmal staken. Also super wichtig, jedes Mal, wenn man was abhebt, muss man nochmal unter Deposit auf Stake, Unstaked, Engage gehen. Weil ansonsten man nämlich die Curve-Tokens nicht weiter akkumuliert, die hier als Rewards verteilt werden. So, das ist also auch durch. Jetzt habe ich gestaked und meine Ether sind immer noch im Wallet. Und dann schicken wir die jetzt mal über die Seabridge rüber. Und diese 0,22, die möchte ich gerne rüber schicken zu Arbitrum, nochmal einmal kontrollieren. Auch super wichtig, dass man das immer nochmal nachschaut, weil wenn sich das umgestellt hat, dann kann es sein, dass man irgendwann nicht mehr genau weiß, wo die eigenen Assets, auf welcher Blockchain die wirklich gelandet sind. Also Polygon zu Arbitrum möchten wir machen. Die Wrapped Ether werden zu Ether, was auch richtig ist. 0,22, es wird wieder ein bisschen was abgezogen. Ist ja klar, wir haben hier irgendwie Gebühren. Das Ganze soll 5 bis 20 Minuten dauern. Also schicke ich das schon mal ab. Erstmal muss ich approven, dass die Bridge hier auf die Wrapped Ether zugreifen darf. Ich gucke auch direkt, ob die Transaktion hier durchgeht. Genau, das sind hier so diese kleinen Nicklichkeiten, die es hier immer mal wieder gibt, weil die Sachen nicht vernünftig programmiert sind. Also die Transaktion ist durch, aber hier steht immer noch, dass ich approven soll. Ich drücke jetzt hier aber nicht nochmal drauf, sondern ich werde jetzt hier einfach die Seite nochmal laden, dass sich das alles aktualisiert. Und dann kann ich hier auf Transfer klicken, und die ganze Transaktion absenden. Und jetzt sind die Ether unterwegs zu Arbitrum. Das sehe ich auch hier oben. Hier ist noch eine Transaktion Pending. Wenn ich das anklicke, dann sehe ich auch, wie es hier um die Transaktion steht. Submitting. Also das Ganze dauert jetzt noch ein bisschen was. 5 bis 20 Minuten. Und in der Zwischenzeit könnten wir eigentlich ja schon unsere Assets rüberschicken. Ich könnte in dem Pool ja USDC und USDT einlegen und den Eurostable Coin in EUROS, den ich aber jetzt nicht habe. Und leider habe ich auch keine USDC, sondern nur USDT. Die könnte ich zwar verwenden in dem Pool. Das Problem ist, ich bekomme die nicht rüber von Polygon zu Arbitrum. Das wird hier nicht angeboten. Möglicherweise bei der Seabridge. Gucken wir mal hier. Tether nach Arbitrum. Sieht gut aus. Geht. Ja, dann nehmen wir die doch einfach. Und schicke ich jetzt mal von den Tether, die ich hier habe, 5000 Tether rüber. Dann kann man das auch schön vergleichen mit dem anderen Pool, was die Wertstabilität angeht. und dann wird mir ein bisschen was abgezogen. Wieder 11 Dollar kostet der ganze Spaß. Naja, ist okay. Sind wir mal heute nicht so. Dann schicke ich die rüber. Tether erstmal approven. Das ist durchgegangen und hier aktualisiert sich jetzt auf einmal auch die Anzeige direkt. Gehe ich hier auf Confirm Transfer. Schicke die ganze Geschichte ab. Ich schaue nochmal, dass die Transaktion auch durchgeht. Und da ist was fehlgeschlagen. Gut, dass ich hier nochmal nachgeschaut habe. Machen wir nochmal. Und jetzt hat die Transaktion geklappt. Die USDT sind auf dem Weg. Das sehe ich auch hier, dass wieder eins Pending ist. Und dass da eins Pending steht, bedeutet ja eigentlich, dass unsere Transaktion, die wir vorher gemacht haben, weg sein muss. Und das ist auch so. Polygon nach Arbitrum. Die Ether müssten also bei Arbitrum auch schon angekommen sein. Completed. Wie sieht es aus im Wallet? Umschalten auf Arbitrum. Und da sind die Ether auch schon drin. Also Gas können wir schon mal bezahlen. Aber wir haben noch keine Assets zum Einlegen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen gedulden, bis die USDT auch hier ankommen. Und währenddessen hole ich mir einfach schon mal den USDT in mein Wallet, dass ich den also hier angezeigt bekomme. Und dann kann ich den auch noch dafür gehe ich hier auf den Explorer. Also hier die drei Punkte. Arbiscan.io. Klingt irgendwie wie Etherscan, nur für Arbitrum. Und dann suche ich hier doch mal einfach den USDT aus. Da ist er auch schon. Die Adresse kopiere ich mir. Gehe ich hier in Metamask rein, auf Import Tokens. Kopiere die Adresse hier rein. Hab hier das Token-Symbol. Gehe auf Add Token und importiere den. Und wie man sieht, ist jetzt die Transaktion noch nicht durch. Die USDT, die sind noch auf dem Weg, die sind noch in der Bridge drin. Und jetzt warte ich einfach mal, bis die ankommen und dann geht es hier weiter auf Arbitrum. Ungefähr fünf bis zehn Minuten später hat sich dann hier die Anzeige auch bei der Seabridge geändert. Hier steht jetzt Completed und deshalb kann man jetzt davon ausgehen, dass die USDT auch angekommen sind bei Arbitrum. Ach, und man hätte das hier übrigens relativ einfach auch in Metamask importieren können mit diesem Firefox-Knopf. Den kannte ich noch gar nicht. Der ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja, also die sind wahrscheinlich jetzt angekommen. Ich schaue mal nach. Also umgestellt ist schon auf Arbitrum. Hier. Und da sind die USDT angekommen und jetzt geht es weiter. Diese USDT wollen wir einlegen bei Curve auf Arbitrum. und zwar in diesen Europool hier mit den ungefähr 21% APY-Curve-Token. Den klicke ich an. Dann gehe ich hier auf Deposit. Stelle hier meine USDT ein und klicke auf Deposit and Stake Engage. Ich möchte das Ganze ja auch staken. Also jetzt kommt erst mal die Einzahlung. Ne, jetzt kommt erst mal das Approval, dass also Curve auf meine USDT zugreifen darf. Das ist ja im Grunde wie so eine Abbuchungsgenehmigung. Curve darf jetzt also quasi die USDT aus meinem Wallet rausholen. Macht es aber noch nicht. Ist jetzt nur die Erlaubnis. Und jetzt kommt eigentlich die Einlage. Und die eigentliche Einlage, die bestätige ich also jetzt. Jetzt holt sich Curve auch die Tokens aus meinem Wallet ab. Als nächstes gebe ich die Erlaubnis, dass die Pool-Tokens, die ich dafür bekomme, dass die auch aus meinem Wallet abgeholt werden dürfen. Ist auch durch. Und man merkt, dass Abitraum richtig flott ist. Und dann drücke ich hier nochmal auf Bestätigen, weil jetzt kommt die Staking-Transaktion. Und wenn das durch ist, dann habe ich also meine Assets auch gestaked hier bei Curve. So, das hat geklappt. Das ist durch. Und jetzt bin ich also in dem Euro-US-Dollar-Pool auf Curve-Arbitrum. Ich schaue direkt mal in meinem Dashboard nach, ob das auch geklappt hat. Hier im Dashboard ist meine Einlage. Ungefähr einen halben Curve pro Tag für die 5000 Dollar. Das entspricht ja so ungefähr dieser APY. Klar, noch keine Curve-Tokens geclaimt. Und dann kann ich mir das Ganze also jetzt mal in Ruhe anschauen und eine ganze Weile laufen lassen. Die Curve-Tokens abholen. Nächste Frage, die jetzt natürlich aufkommt, ist, was machen wir mit den Curve-Tokens? In beiden Fällen, also sowohl auf Polygon als auch hier auf Arbitrum. Wir holen die ab. Was machen wir damit? Und wir werden die natürlich nicht verkaufen, weil die sehr wertvoll sind. Was man mit Curve-Tokens ganz allgemein machen kann, das erkläre ich im nächsten Video. Und dann schauen wir einfach mal nach Gelegenheiten, wie wir zum Beispiel auch auf Polygon oder auf der Arbitrum ganz konkret die Curve-Tokens verwenden können. Bis dahin erstmal alles Gute. Viel Spaß. Tschüss.